Was haben sie gejubelt? Letztes Dienstag haben es zwei Schweizer Tänzer in der bekannten Talentshow «La France a un Incroyable». Ein weiterer grosser Karriere-Schritt für Gubik, ein wälschiger Künstler-Kombo. Schon vor drei Monaten haben sie mit ihrer Performance für Furore gesorgt. Dann aber in Amerika. Ein anderer Musiker, der zurzeit auch etwas Ramba-Zamba macht, ist Paji. Er hat sich zur Vorpremiere der neuen deutschen Komödie 25 kmh, der am Donnst in unseren Kinos anläuft, auf die Töffel geschwungen. Zusammen mit vielen anderen Fans des legendären Zweiräders hat er die Zürcher Innenstadt unsicher gemacht. Und wir geben morgen wieder für euch Vollgas. Dann begrüsst euch an meiner Stelle der charmante Salar Barampuri. Bis dann, auf Wiedersehen und einen schönen Abend.